So, nach Millennials ein bisschen Entspannung für den Kopf, indem ich in Dragons Dogma weiter Dörfer evakuiere, beziehungsweise die unterschiedlichen Königreiche. Die habe ich schon mal weggebracht hier. Genau, ich wollte eigentlich, ich war mal überlegen, ob ich noch Materialien eben einsammle. Die ich halt noch benötige. Aber ich glaube nicht, dass das... Das sind... Das im ehemaligen Flussbett sind das Materialien. Na komm, wir gehen nach Wernwos. Wir gehen in die Hauptstadt, so. Wir haben Wals. Oh, dear. Was blinkt, ist übrigens die Möglichkeit, dass ich hier Sucherkristalle finden kann. Nee, nicht Suchermünzen. Ach, alles für Schiss mit den Münzen. Nur wenn ihr auf dem Rand liegen, kannst du die mal sehen. Ja, ich habe einen Tag für mich selbst. Toll. Das Geräusch macht einen richtig bescheuert auf Dauer. Deshalb versucht man die ja zu finden, damit man das Geräusch nicht mehr hören muss. Verdammt! Ich werde bekloppt. Und wie soll ich jetzt wieder wegkommen von hier? Okay. So. Moin, Shadow. Wetter bleibt ja zur Zeit immer gleich. Der bezahlt aber einen schlechten Preis. Aber an dich könnte ich meine Explosivpfeile verkaufen, weil die nur Platz wegnehmen und ich die nicht mehr benötige. Sie sehen aus wie ein Wikinger. Mir wurde heute gesagt, ich sehe aus wie ein Flaschensammler. Aber danke, dass du sagst, ich würde wie ein Wikinger aussehen. Du hältst den Kopf in der Hand. Wann bräuch ich bei denen so lange zum Anvisieren? Hm. Wann bräuch ich bei denen so lange zum Anvisieren? Hm. Ich bin ein, ich bin ein. Ja! Absolut, ich weiß warum, weil wir nicht auf Bolzenschuss stehen. Ich kann mich nur auf Multiziele nicht stellen, also stehen gar nicht. Wie bin ich auf welchen Spaß gekommen? Lange Haare oder was? Einfach nicht mal zum Friseur gehen. Wir können den Ruhm auf den Kampf hören. Lassen wir uns unsere Wunsch vorsichtig, um zu entscheiden, was wir tun. Wir haben eine Öffnung. Fokuss auf deine Anwälte. Schau schnell, du Tricks, und unser Quarant ist Schallporn. Schellenpumpe doch kurz zur Haare. Spaß mit Flaggen ist vorbei. Den kopflosen Reiter besiegt. Sehr schön. Also Spaß mit Porn war eine sehr spontane Nummer, wo ich gedacht habe, ach komm, du hast heute nichts zu tun, nimm mal was auf. Aber es war dann ganz schön, dass dann doch ein paar Leuten gefallen hat. Ich habe meine Admiration. Das Problem ist immer, du hast das dann, also ich habe das dann aufgenommen und dann kamen mir ganz andere Ideen, die eigentlich viel besser waren. Das ist aber immer das Problem bei mir. Dann muss ich das einfach veröffentlichen, weil sonst... Was ist daran krass mutig? Es ist einfach ein Video. Also ich habe jetzt nichts Verwerfliches gemacht. Das war ein glückliches Erfolg. Ich hätte das nicht gemacht, aber warum? Also jeder weiß, dass eine Parodie ist auf etwas. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das ist einfach. Äh, habe ich jetzt gerade so schnell den hinteren Kopf erledigt? Mit einem einzigen Fünfer-Schuss? Das ist eigentlich so krass, was die für eine Arbeit da in Branks doch mal 2.5 gemacht haben. Also selbst das Modell von dem ist er leicht angepasst worden. Guten Abend, Lehthoff. Ja, das ist schon immer auf die Chimäre. Aber der sieht halt ein bisschen abgefuckter jetzt aus. Von Modell her. Hat jetzt halt graue Haare. Der Ziegenkopf. Die Schlange ist anders gemustert. Herrscher-Rüstung. Achso, die hat mehr magische Abwehr. Und mehr Niederschlag. Ne, Niederschlagwiderstand weniger. Hier geht's. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Das war's für heute. Du kannst keine Chimäre, aber eine Chimäre ist ein normales, das ist ein mystisches Wesen, was man halt einfach, ja, musst du nicht kennen. Ich habe leider Deep als Klasse nicht gespielt. Die Chimäre sieht im Original genauso aus. Da ist eine Schlange, ein Schlangenschwanz mit einem Ziegenkopf obendrauf und einem Löwenkopf. Also das ist halt die Mischung der Chimäre. Du meinst was anderes, ähm, jetzt fällt mir den richtigen Namen nicht ein. Ich habe vorher mal den falschen Namen gesagt. Es gibt nämlich ja noch die geflügelten Löwen. Ach, wer ist der denn da nochmal? Die Sphinx ist nochmal was anderes. Da oben ist der Schreckenslord. Ah ne, ist wieder so Kopfloser. Er soll schlafen liegen. Ah, mach die vor. Danke, Steven Pendragon. Shit, das hat nicht gegen ihn funktioniert, weil der in der Zeit unsichtbar war. Auf geht's. Das ist eine große Herausforderung. Es gibt keine Wehrwölfe oder Vampiren im Spiel. Jedenfalls habe ich keine getrocknet. Jedenfalls habe ich keine Wehrwölfe, aber ich habe keine Wehrwölfe, aber ich habe keine Wehrwölfe. Jedenfalls habe ich eine Wehrwölfe. Jedenfalls haben wir eine Wehrwölfe, aber ich habe die Wehrwölfe, die wir wieder aufgewachsen. Und der F-1000 AP. Und der F-1000 AP. Und der F-1000 AP. Nazareth-Stein. Und der F-1000 AP. Und der haut ganz schön gut rein. Und der F-1000 AP. 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 Hau nicht ab. Die Begleiter sind insoweit dumm, dass sie zum Beispiel im Wasser sterben und gerne mal von der Brücke fallen. Obwohl, man kann ihnen ja auch sagen, bleib stehen. Also wenn man sich daran gewöhnt hat, dass man mit denen besser nicht in der Nähe vom Wasser irgendwelche Sachen suchen sollte, wie zum Beispiel versteckte Münzen. Also jetzt gibt es ja eh kein Wasser mehr auf der Welt. So eine Gefahr ist gebannt. Und Nahkämpfer stellen sich manchmal ein bisschen sehr dumm gegen fliegende Einheiten an. Vor allem Begleitereinheiten. Wobei, dafür bin ich ja da. Wir müssen aber in den Tron. und müssen wahrscheinlich mit Sven reden. Den Sohn der damaligen Regentin des Ortes hier, damit er die Stadt evakuiert. Wir müssen erstmal kurz gucken, ob wir eine Fertigkeit freigeschaltet haben. Hm, der Einschläfer und den Blitz. Errichtet eine Barriere um einen Verbündeten, der Angriffe blockiert und dem Angreifer Schaden zufügt. Je stärker die Attacke, umso mächtiger der entfesselnde Gegenangriff. Er wird die Wahrscheinlichkeit, dass kleinere Ziele Gegenstände fallen lassen. Ah. Ah, Moment. Ich sollte noch mal ganz kurz im Gasthaus schlafen. Achso, Lager ist bei Kupfer voll. Kannst du mir ein MMORPG empfehlen? Ähm... Nö. 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 Ja, hier war der. Du warst doch der, äh, Rift-Händler. Ich wollte aber zum Allgemein-Händler. Natürlich bleibt das Grundprinzip von WoW gleich, weil es ja funktioniert. Ach komm, ich weiß, andere zahlen mir ein bisschen mehr bei Jaspis. Stop by, Gansu! Pling! Falsch-Richtung. Echt? Boah, Ewigkeiten gehen mir das Pling auf die Nerv am Marktplatz. Und dann liegt die da einfach nur im Brunnen rum. Ja, noch mehr Pling! Hm. Anywhere fairer than the little crowd. Mine is your life devoted. We shall await you here, Master. Moment, soll ich überhaupt die Stadt? Ja, doch. Führen wir den Anführern aller Länder. Wir gehen erstmal in den Thronsaal. Aber ist da ja jemand. Nöö. W- 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 vom Hören her ist hinter der Wand ein Steinchen so Sven´s Zimmer war glaube ich hinten an der Ecke jetzt ohne auf die Karte zu gucken Sven´s Gemächer der trägst du ja die Krone und wo soll Captain Brand sein? die Krone Ich bin aber normalerweise in der Gaststätte abends getroffen, aber das kann ja nicht, kann es ja nicht sein. Juhu, noch mehr vornehme Kleidung. 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 Ja, ich suche den Captain Brand. Oder war der oben mit dem Raum? Oh, ich sitze da alles kacke. Töte sie. Ne, du lass mal. Da sind alles gute Leute. Den geht schon schlecht genug. Hallo, ich suche den einzigen Schwarzen im ganzen Spiel. Ja. jetzt Na, hier kommen wir rüber ins Freudenhaus. Tolle Abstellkammer. Ich habe im Moment kein Geld für Prostituierte. Sei gut, dass meine Vasallen einfach vor der Tür warten. Ich habe ein modestes Talent für spottliche Materialien, die benutzt werden können, und der Grenzwache. Ich weiß nicht, ob das das Richtige war. Sorry, aber ich muss ihn halt finden. Und es ist halt schlecht, wenn man die ganze Zeit einen nur in der Kneipe getroffen hat. Da lebt Gregor, aber vielleicht ist er auch da. Da lebt. 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 Ich weiß, was ich jetzt mache. Obwohl er vorher immer im Gasthaus. Da ist er ja nochmal im Gasthaus. Ja, nicht im Gasthaus, sondern im... In der Saufstube. Wobei, das wäre ja super assi, wenn das Spiel einen, sag ich mal, so dämlich hin und her schickt. Warum bist du hier? Ja, ich möchte euch rüber in die Ruinen führen. Ja, weiß ich. Wenn Wörter vorkommen, die verboten sind, wird Twitch die einfach löschen. Falls du irgendwas anspielen willst, so. Also, irgendeinen versauten Witz machen willst. Damit habe ich mich da nichts zu tun. Achso, das war die Wahrsagerin unten. Ich vergesse immer das Symbol für die Stopp nach Süden. Immerhin haben wir in der Stadt unendlich ausdauern können durchgehend rennen. Ist doch trotzdem alles lange. Oh. Es scheint, wir müssen für den Zeitpunkt partieren. Ah ne, rechts rum. Aber ich hatte eigentlich den richtigen Riecher. Ich bin direkt zum Sven gegangen. Konnt ja keiner ahnen, dass da zwischen der andere Typ kommen muss. Sven, du bist aber ganz schön dünn im Gesicht geworden. Der ist doch bestimmt hier rüber teleportiert. So long as we cow within these walls, we must live in fear of going the way of Melv. Mein Ministers have approved the plans, and I have petitioned the Encampment Survivors and the Thieves Guild for aid. The only remaining obstacle is my mother. She has set herself stubbornly against any such flight. I have tried to make her see reason. But of late she has taken to shutting herself in her chambers. However, I fear that my position permits me to entertain her fancy no longer. Setz dich gegen deine Mutter durch. Das ist der Weg zum Mann. Now, there are a few matters I must attend to before we can evacuate. And I would feign welcome your assistance. We will require several oxcarts to carry the sick and aged out of the city. Might I prevail upon you to petition the merchant at the oxcart station in the west of the city for their use? You may assure him that the royal treasury will foot any and all expenses. Ah, this is you. Would you be so... You may assure him that the royal... You're all the Kartoffel, ey. Ich bekämpfe Drachen draußen. In der Welt. Riesige Ogre und alles. Ich bin nicht ein Handlanger, der von A nach B läuft. Queen Regent Disa hardly leaves her chambers and all her meals come back scarcely touched. Between you and me? I fear for her health. Wir reden jetzt auch mal mit der. Have you come to claim my life arisen? Well, far be it from me to deny you. But I shall go to the grave with a smile on my lips. For I have no regrets. All I did, I did for my darling son. Denkt an die Kinder. So do as you will. I have no intention of begging for mercy. Hm, sie hat die verzierte Dose gehabt, die ihr Sohn damals gekauft hat. Ich hab nicht vor, dich zu töten. Ich glaub nicht, dass das irgendwas verändern würde. Tja, komm bitte. Hu. Hu. Uh. ... ... ... ... Ich hab's gesehen, ist auf dem Dach hier. Wir müssen erst auf den Balkon. Ich hab's gesehen, ist auf dem Dach. Hm, dahinter ist noch ein Raum, aber komm ich auch nicht rein. Verschlossene Tür. Rüber. Rüber. Ruhe. Verdammt! We shall await you here, Master. Na doch, hier war ich mal. Ach, hier ist, ähm... Ja, da ist der Zugang für... Ach, wie heißt das? Hier gab's doch die Kerker-Klamotten damals. Ich weiß es nicht mehr. Es ist schön, dass Starkiller und Cyandron im selben Humor-Niveau sind gerade. Aber Starkiller ist, glaub ich, auch Schmerzmittel und Alkohol. Das Müll... Das solltest du mit bedenken. So, jetzt zum Ochsenkarrenmann. Hm. So, jetzt zum Ochsenkarren. Hm. So, jetzt zum Ochsenkarren. So, jetzt zum Ochsenkarren. Oh, jetzt... Oh, ok. Ich nix... Ich kann eigentlich mit dem ganzen Alkohol nicht verstehen. Ich trinke wenigstens nur Radler. Alla der. Was willst du mit deinem Reichtum erreichen? Begegn dir pardon, Sir, aber ich habe gerade meine letzte Karte geöffnet. Der Mann da mir einen schönen Preis für eine halbe Bezüge. Die letzte. Du bist mit dir, Ruffian. Diese Karte sind mir. Ich habe für sie gut gebraucht. Und wenn du denkst, dass ich nur einen einzigen Reichtum, dann wäre es besser wieder zu denken. Ich brauche die ganzen Karte zu nutzen. Das ist genug, um zu vermeiden. Hmm. Begegn dir pardon, Sir. Aber ich habe gerade meine letzte Karte geöffnet. Okay. Was machst du? Lass das weg. Nein. Lass mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich. Ich bedanke mich für meine Leben. Well. Ich glaube, er wird nicht zurückkommen. Ich bedanke mich für das. Es war nicht richtig, was ich? Ich habe meine Wares, von einem gewissen Minister zu verabschieden. Ich habe meine Wares. Ich habe meine Gold. Wer nimmt die Karte? Es ist kein Problem. Und wenn der Kraven kommt zurück, ich werde ihn sagen, dass die Bandit sie genommen haben. Sie sagen, eine Krise zeigt, dass eine gewisse Charaktere ist. Aber dieser Mann war nicht mehr schuldig, als er immer war. Ich gehe nicht vor. Pling! Hmmmm... Äh, falsche Richtung. Ja, das ist Wachraum. Man geht doch am besten über die Halle. Den Weg finde ich wenigstens immer wieder. Ich überlege gerade, ob ich seine Mutter auch noch töten sollte. Wobei, nein. Das macht Sven nur ungehalten. Der wird jetzt mit seiner Mutter zusammen mich hier im Raum sein. Vater, ich muss deine Verlust machen. Ich glaube, dass du mich sovränglich für deinen eigenen Vorteil machen möchtest. But in truth, you sought to better the lot of our people. Ah, but I would have benefited. And handsomely at that. Besides, I cannot deny that I was proud. I wished to see my own son on the throne, and no other. Even so, I cannot help but feel that all of this could have been avoided. Had I only been more attentive. If I had but better known your heart, I could have shared in your burdens. You would not have had to suffer alone, and perhaps together, we could have walked a better path. Oh, Sven. Mother, I beg you, join the evacuation. You need not fall with this city. I would not see you take your crimes wholly on your own shoulders. Mein Gott. That weight is as much mine to bear as tis yours. My son. You truly would make a fine and goodly ruler. Your kindness will save many lives. Of that I have no doubt. You would, and all my days were so tranquil. My son. Your kindness will save many... Ah, you've returned. How fair is your procurement of those cards? You do? My thanks. That puts paid to the last of our preparations. I will inform the citizenry forthwith. Bevölkerung, ich habe hier diesen Karren. Oh, woher do you want to go? Teilt euch bitte, äh, gerecht auf. Auf dem Karren. Oh, woher do you work? Oh, woher do you work? I must burn the people's way. I must burn the people's way. Ja, irgendwo da oben ist er, aber da weiß ich einfach nicht, wie ich da hinkomme. Oder hinter der Wand vielleicht, könnte auch sein. Okay, das ist vielleicht ein bisschen sehr tief. Komm mit Mitarbeiter. Mitarbeiter. Fancy a look at my wares? Ja, da oben ist der Balkon vom Freudenhaus. Aber egal was, also es gibt hier keinen schnelleren Weg nach unten, weil ich muss ja auch hier noch hin, um die Bestie zu besiegen, die da drin haust. Dafür muss ich wieder ins Flussbett runter. Wuii! Warum gehe ich nicht einfach den normalen Weg? Nehmt den Karren und rettet euch! Dorf Harf... Die müssen wir auch noch evakuieren. Glaube ich. Das war's. Das war's. Das ist schade, dass ein großer Teil der Feinde einfach weg ist. Die Welt ist ein bisschen tot. Falsche Richtung. Andersrum. Bringt auch nichts, eine Laterne anzuhaben. Macht's nicht schöner. Wir sind hier auf dem Mars, wir sind auf dem Meeresboden. Der Hund macht auch schon wieder so komische Geräusche. Das war's. 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 Ich hab's eigentlich noch ne normale Nacht, wenn die Welt zerstört ist. Sieht jedenfalls nicht so aus. Nein, nicht runterfallen. Oh doch, wir müssen runter. Überconfidence is an enemy in and of itself. Let us instead strive to better ourselves with every battle. Das war's arm. Was ist das? Ihr enemies are pro in Nandra. This battle's end is more distant than I trod. Your decisions are decreed. Come, follow my example. I concur. Do not despair. I'm coming to your aid. It's vital to remain level-checked. Time to die! Let it hurt! Let it down! The only attacks are the service force. If you don't, we must be in the service force. Let it hurt! Let it down! Not while I refill this Jenna! The end. Du 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 spielst du z Nerven. Es wurde gerade über WhatsApp gefragt, ob Frauen mit Tampon drin pinkeln können. Und ich habe sofort Ja geschrieben. Und ich denke einfach so, da ist Allgemeinbildung. Das wird ja wohl jeder wissen. Ansonsten habe ich in Biologie nicht so gut aufgepasst. Ja. Ups. Entschuldigung. Wenn ihr mal fragen habt, ob ihr eurem weiblichen Körper habt, kann ich euch die meisten beantworten. Guten Abend, Schiffy. Ich habe einfach mit Ex-Freundinnen genug mitgemacht. Und war meistens immer besser informiert als die, wenn es um Behütung ging oder Präventivmaßnahmen oder nachträgliche Behütung. Wie die Partnerin nachts um 4 Uhr, ne um 3 Uhr wach wird und denkt so, ich glaube ich habe eine Pille vergessen. Jetzt mache ich mir die ganze Nacht Sorgen darüber, da ich schwanger werden könnte. Wir sollten jetzt auf jeden Fall in eine Klinik fahren und eine Pille danach verschreiben lassen. Im Notdienst. Wo die Assistenzärztin damals meinte, dafür habe ich mich jetzt geweckt. Und ich meine, ja, ich weiß, 72 Stunden hat man Zeit eigentlich, die einzunehmen. Umso schneller, umso besser. Aber ich hatte die Wahl, hier hinzufahren oder mir die ganze Nacht anzuhören, wie sich jemand Sorgen macht. Und ich weiß, wie sich jemand auszuhören, wie sich jemand auszuhören, wie sich jemand auszuhören. Aber falls diese Frage mal kommt beim Jauch, weil wer mit mir lebt, wisst ihr sie jetzt. Ich habe gegen die Art von Drachenhund gekämpft. Äh, okay. Ach, der hat an den Ball. 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 So, ich glaube, die eine Seite ist erledigt. Use me as your foothold to sort your greater height. So, ich glaube, die eine Seite ist erledigt. 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 Was ist das? 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 Ich kann mich da ja gerade nicht so auf den Chef konzentrieren, auch wenn ihr da viel am rumquatschen seid miteinander. Aber ich glaube es geht um den Unfall von Starkiller. Was ist das? Was ist das? Na ja, jetzt ist es kaputt. Jetzt gibt es noch mehr nutzlose Trefferpunkte auf dem Rücken. Okay. 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 Hey, bitte. Hey, wir kennenjuhig! Mmh! Hey, das ist ¡L czym! Height! Du kennst in deinen тел!" See. Sein generosityüğünster beeindruckốnglich! Achso, Eidema hat mich geradet. Grüß dich, Eidema. Ich wünsch dir auch ne gute Ne. Normalerweise mache ich auch um 2 Uhr Schluss. Aber ich wollte noch, äh... Ja, noch ein bisschen nach. Ich habe was geil bekommen, dass sie geradet hat. Meine Brüder schwebt. Ausatmen. Verhibe ich. Ja! Scheiße, ich muss sogar gleich schlafen. Ich habe morgen um 11. eine Präsentation. Fällt mir gerade so ein. Wir sind offenbar. Fokuss auf deinen Angriff. Ein fokussender Angriff ist in diesem Bereich. Nee, mir wird das präsentiert für einen Barter-Deal. Das wird präsentiert, habe ich hier irgendwo rumstehen. Also mir wird was... Das gehört zum Deal dazu, dass die mich da einarbeiten in dieses Hardware-Produkt. Unsere Feuze wird durch ein paar Mirackeln verabschiedet. Jetzt wird diese Region sicher sein. Also das Ding wäre zehnmal schneller gegangen, wenn es nicht so richtig beschissene Trefferpunkte gehabt hätte. Da finde ich die Schlange besser. Es geht sowas um... Sowas in der Art wie ein Steam Deck. Also Stream Deck. Die Schlange machen gewonnen. Oh, ich bin nehm. Scheiße, ich bin nehm. Der Weg ist nach einem Schmerz. Hier ist die Schlange. Es geht sowas. Die Schlange sind in diesem Klingel. Ich brauche das alles nicht. Habe ich schon. Also, beziehungsweise ich habe das schon bekommen. Ich habe auch für Community zum Verlosen eins bekommen. Aber erstmal ist es das Outcast Giveaway aus dem 1. April Video. Ich würde gerne jetzt mal gucken, was bei Dorf Haaf los ist. In der Laube waren wir ja. Oder war ich schon ein Dorf Haaf? Ich weiß es nicht mehr. Kann sein, dass ich da zuerst hingelaufen war. Ist ja nicht schlimm, wenn wir mit Reise steigen. Oder Reisekristalle. Aber das waren die ersten, die ich habe evakuieren lassen, ne? Guck mal, zwei Tage nicht gespielt und habe schon keinen Plan mehr. Nö, die sind nicht geflohen. Der Bürgermeister hat mich doch hier so gehasst. Let me get that. Das war's für heute. Es gibt nichts zu tun für dich. Gab's dich schon immer hier? Alles alte Klamotten. Be of service. Do come again. Gehen wir aus der Bahn. 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 Ich weiß nicht was du als verstecktes Volk wahrnehmen willst. Es gibt ein Dorf was du eigentlich nicht besuchst. Also wenn du nur die Hauptquests verfolgst. Das ist alles was ich dir sagen kann. Gehen wir aus der Bahn. 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 herr Nimm das Bestie. Also eigentlich muss man sagen, es ist nichts im Spiel versteckt, wenn du einfach mit Leuten redest, sagen die dir die meisten Sachen oder wenn du einfach erkundest. Also zu den meisten Sachen führt auch ein Weg. Du musst halt mal alle Wege ablaufen. Also sie sind ja hier immer markiert, entweder diese Hauptwege oder hier die kleineren Wege. Da bin ich auch nicht überall lang. Aber in der Regel verpasst du da nicht viel. Und die nebligen Sümpfe haben keinen Nebel mehr, wenn ich das richtig sehe. Und es gibt diese Aussichtsstatuen, die decken nicht automatisch alle Sachen auf in der Umgebung, sondern du kannst von da aus ein ganzes Gebiet übersehen und kannst dann meistens auf Distanz schon sehen, ob da was Besonderes ist. Entwickler, also beziehungsweise Spieletester gehen häufig schnell durchs Spiel. Tut mir leid, dass ich das so sage, aber das ist halt auch ein bisschen was mit dem... Ja, man hat halt nicht so viel Zeit. Zusammen mit der Schreibarbeit, sagen wir mal, du hast so ein Spiel vielleicht so bekommen, dass du 40 Arbeitsstunden Zeit hast, um dafür ein Artikel zu schreiben. Da kannst du halt nicht erwarten, dass die, ähm, ich bin jetzt glaube ich irgendwie über 60 Stunden und ich hab ja nicht mal alle nehmen festgemacht. Also es fehlen leider zum Ende noch ein paar. Und ich kann auch nicht die ganze Welt erkunden. Ich kann euch auch nicht die Schreibarbeit, sagen wir mal alles, was ichtles shee. Wir sehen uns beim Aufmerksamkeit. Das Spiel hier ist erfolgreich, weil es halt nicht so weichgekocht ist, wie wir ob ich es habe. Okay, manchmal denkt man sich, puh, eine Schnellreise wäre manchmal doch ganz cool. Also eine bessere Schnellreise, die ein bisschen entspannter ist, aber du musst sie dir halt erstmal verdienen. Damit du die Zielkristalle bekommst, die du dann setzen kannst auf der Karte, um ein Schnellreisesystem selbst aufzubauen. So. Tis a simple-minded creature by all appearances. We can easily redirect its focus to our enemies. All together now, we attack as one. A focused attack on this is both. Use me as your foothold to soar to the greater heart. This foe is nigh unstoppable. So, seine I-Tab-Laden sind schonmal überwiegend offen. We ought to employ lightning against this foe. If we know its weakness, we have but to exploit it. On my way. The beast's lips of Melsumpfus. Avoid it at all costs. Launch it. A parallel approach is to you. That's why magic's drawn to you. That's why magic's drawn to you. That's why magic's drawn to you. Zeit zu sterben, Heidrache. Es gibt einen Speicherplatz, aber du kannst ihn natürlich kopieren. Einfach. Ja, dann zeig mir mal, wie die Treasurer-Chests sein soll. Junge, warum ist das jetzt wieder so eine Treasurer-Chests, die am Arsch der Welt sein soll? Wie ein Rappel. Ich habe so auch gerade versucht, da hinzukommen. Das war ein Niederer-Drache. Der ist kein Gegner. Beziehungsweise, er kann nicht viel. Beziehungsweise, es war ein infizierter, kranker Drache. Ich würde sagen, es sollte sich hier gefunden werden. Wir sollten uns ein bisschen näher sehen. Ah! Hier, mit der Lichter auf deinem Seite. Okay. Blüh. Oh, da können richtige Halbdrache noch sein. A fine place to harvest some ingredients. No harm in picking a few. It seems we have enraged off us. Focus your attachment off. Instilling it's impulsive, though. But it can be done. Now, while the heart is exposed. Get on. I shall propel you into the air. No harm in picking a few. If we have any hope of fiction, we must employ every tool and tactic at that place. Hold faster, isn't it? I will be with you in but a moment. Keep it open. Focus your attacks. Strike fast. I can't even throw the gun in the eye. Too far away. We're going to just grab our street pods. Now, while the heart is exposed. Tip ... ... ... ... ... ... Ich gerade von mir. So ein Arschgesicht. Ich werde mal die Flügel zerschossen. Ja, es hat ein Geist geweint. Ich kann schon mal vorkommen, dass hier irgendwo ein ruheloser Geist ist und der heult ein bisschen. Ah, der letzte Goblin auf dieser Welt. Das war's mit dir. Ich werde mal die Flügel zerstören. Zeit zu sterben, Schlangenkopf. Ich werde mal die Flügel zerstören. 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 Oh, hier sind alle Händler ja hingekommen. Oh. Hier ist... Ohne Scheiß, mir fehlt immer noch ein Schreckenslord. Wo kommt das denn her? Hyperborearische Lurica. Medusa-Granitknochen. Ja, ich weiß nicht, wo ich die Medusa finde. Also ich kann es bestimmt nachgucken, aber... Was ist die Wurzeln? Was ist und wie es, was ich? Ich habe mich nicht. Ich bin just. Ich bin schon. Ich bin jetzt vor allem. Ich bin schon wieder in einem Wurzeln. Ich bin schon wieder in einem Wurzeln. Ich bin schon wieder in einem Wurzeln. Ach, der verkauft einen weiteren Zierkristall für 20 LWK. Ist ja nix. Aurora-Bogen. Der ist sogar, ohne verbessert zu sein, besser als mein aktueller Bogen. Ja, leck mich. Und sagen wir mal, das ist so die epische Ausrüstung, die man finden kann für die unterschiedlichen Klassen. Resonanzpanzer. Und sagen wir mal. Ja, ich kann jeglichen Stuff noch pimpen. Und sagen wir mal. Und sagen wir mal. Drakonik blo... Dann I bid, he fell. Obwohl eure Maesthete und ich durch die Pflicht vereint sind, muss ich noch herausfinden, ob unsere Werte gleich sind. Würdet ihr mir die Ehre erweisen, mich auf eine Reise zu begleiten, damit ich mich dessen versichern kann und die Integrität unseres Vertrauens einander bestimmen kann? Ja, wir eskotieren ihn gleich zu seinem Ziel. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja, theoretisch steht hier, sollte der Waffentrainer sein. Wahrscheinlich ziehen die alle gerade noch hier hin. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also wenn wir sehen, kann ich im Da brauchst du ein geschwärztes Horn. Was haben wir alles? Schwarze Kuriose Mähne. Auch geschwärztes Horn. Geschwärzte Hörner bekomme ich wahrscheinlich von Minutaurern. In Lala Star. Die Schlagze Mähne charts. R exercert so das Spiel drauf? Ich übersteste wie in den shockingen pareil. Das gibt es ayudar, dass wir einfach nur auf der Liste erreicht haben. Bee Goten. Bewegräste Wagen, Tavon. Denn es hat sich selbst boughten als natürlichen Sehnspannen. Ja, ich gucke gerade wirklich, welcher Umhang mir am besten gefällt. Für das Outfit. Der wird zwar optisch passen, aber ist billig. Also, ich gucke dir das. So Freund, sprich los und lass uns gehen. Ah ne, kommt doch nochmal zurück. Ich will nochmal higher machen. Ich habe nämlich leider kein, äh, du kannst ja nicht mehr campen, rasten. Jetzt spiele ich schon so lange, dann werde ich das wahrscheinlich wieder auf zwei Folgen splitten. Vor allem, es geht ja mit mir den Weg, den ich schon mal gegangen bin, ey. Könnte ich schon wieder... Uzo, Master! Tis weak to fire! Ord fell from the beast, as it breathed its last. You must fend yourself if that oil has hated you. Use me as your foothold to soar to greater heights. Ich mache ihn doch kaputt, anstatt in den Rumpstint zu stehen. Ich weiß, es kann schon geil sein, im Schleim zu stehen. Ich meine, wir wissen, was es muss gut sein sein sein. Und nun, wir wissen, was es sein soll. Jetzt geht's mir gar nicht. Immer schön ins Gehirn schießen. This woe is beyond our strength. I recommend a swift entry. Well done. I'm not sure. First and foremost will want to knock it off balance. We must make the most of this opportunity. A focused attack on business foes. Perhaps our next enemy is... ... 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 Es ist schwer zu denken, dass die Verrückung durch unsere Anfragen hat, wenn nur für eine Zeit. Ah, Brent ist gestorben. Denkst du, aber bewegt sich der sich nicht mehr. Ich glaube, die verlieren immer nur Alteisen als Material ist natürlich nicht so interessant. So, weiter. Sagte er und brauchte es nachher bei einer Verbesserung. Ne, wir sollten davon genug haben. Was willst du jetzt hier auf der Reise? Aha, da haben wir wieder den Perversen, der das Korsett ausgerüstet hat. Robben. Wir hatten hier mal eine Spezialisierung. Du wirst von deinem Typen nicht gerade geliebt, wenn er dir nicht mal eine Spezialisierung gibt. Ich schulde eurer Majestät Dank und eine Entschuldigung, denn ich hätte nicht an euch zweifeln sollen. Doch nun habe ich die Stärke eurer Entschlossenheit bezeugen können und ich bin mir sicher, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir unsere Ziele erreichen. Wisstet, wie sehnlich ich den Tag erwarte, an dem ihr endlich den Thron beansprucht. Das war eine Standard-Escort-Anfrage. Ich dachte, das ist irgendein Spezial-Quest. Leute, Südland-Eisen. Da bin ich damals nicht in eine Höhle reingegangen. Oh, hier kannst du die Drachen jetzt sehen, weil ich brauche Drachenschuppen für Verbesserungen. Ach, an den Drachen erinnere ich mich sogar, der auf dem Weg war. Von dem war man weggelaufen. Boah, hier wäre noch so viel Areal. Wo man theoretisch hin kann. We seem to have a ride without issue. But are we safe here? You've pushed your luck too far. I'll not take that from you. Pray calm yourselves, good people. I will have none of this squabbling. Sir Manela, you don't understand. This scoundrel's the one who started it. No, you don't understand. This is no time for the people of Batal to be quarreling amongst themselves. We shan't weather this calamity, unless we can recall our common purpose and unite our efforts towards it. Ah, Sir Arisen. You are returned, I see. With the world in such disarray, I could not stand to be away from my homeland. Thus did I return, to render what aid I may. I maintain order as best I can. But for every fire I extinguish, it seems three more are incited behind my back. But enough of my woes. What? You wish us to evacuate? Mayhap the idea merits some thought. After all, if we sit on our haunches, it is likely only a matter of time before we share the fate of Mel. Alas, the people of Batal are far from united in purpose at present. Should we proceed, unheeding of their divisions, I fear that our efforts would come undone ere long. With every soul at their wits' end, conflict is light to spark at the slightest provocation. As such, before we take any measures, I would have you walk amongst the people, Sir Arisen. Behold their plight with your own eyes, and should you encounter any discord, pray do ought you can to resolve the people's quarrels and assuage their fears. Such efforts will doubtless allow the evacuation, to receive all over the world, as for me. My work here is far from done. Let us part ways for now, and reconvene when you have accomplished all you can. Flared tempers are understandable, given the... That's quite... You'll get what's coming to you. Hi, Sir. Don't let them get the better! Passt schon. Also, wenn ich jetzt die Götterklinge hier ziehe, wird es viele Opfer geben in der Stadt. So. Nein, wir hauen jetzt hier nicht rein. Wir machen jetzt Feierabend. Wir machen jetzt Feierabend. Ja. Vielen Dank.